guck mal her, gib mal eine Obacht, jetzt kannst du zum Beispiel mal gucken, da ist schon eine neue Zwiebelform, eine wunderbare, gell, und zwar die Brummern im Erohrpflanze, die wächst im Haus drin, gell, und zwar, wie viele Leute sich aufkriegt, eine Zwiebel ist ja so Greenzeug drin, und wenn das, was wir sagen, drei Minuten oder 14 Tage noch dran ist, dann wird ja das nicht mehr grün, dann ist es ja dann irgendwie so, wie sagt man, verwelkt, so wie bei Blumen, und das gefällt vielen Leute nicht, und deswegen ist jetzt die Kurzform von den Zwiebeln daheim erfunden worden, ja, und das ist jetzt ein riesiger Hammer, kann man sagen, weil das läuft jetzt auch, und das wird von den Leuten, die schon eine Arbeitsgruppe gebildet haben, Zwiebel mit Oli Grün, mit dankendem Herzen und freien Gefühlen, emotionslos, aufgenommen, das ist, was es ist, das ist, was es ist, da passt auch mehr in den Eickhaus Taschen rein, als wir an den Strom, gell.